5, 4, 3, 2, 1 Forever Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Freunde Genau so ist es Heute ist Sonntag Normalerweise sieht man hier einen Squad Builder Battle Aber, aber, aber Ich hab mir meinen Kanal angesehen Und ich möchte meinen Kanal Nicht nur mit Squad Builder Battle Vollstopfen Deswegen gibt es eine Serie, die ich zu FIFA 18 Ah, FIFA 19 gebracht habe Switch Deal Showdown Und, ähm, wie auf Wie bei Shenya Wir haben ein kleines Special Nämlich der Afro Special Shoot Hurri von Leicester City Engländer ZM Mittelhocharbeitsrate, 1,78 groß Zwei Sterne, drei Sterne Shenya hat sich auch schon kurz gemeldet Ich grüße dich by the way, hi Ganz oben in der Videobeschreibung Kommt ihr auch zu, eben, einem Squad Builder Battle Und ich sag euch eines, der wurde etwas krankes Discarded, also ein kleiner Spoiler Ist jetzt schon mal da Würde mich sehr, sehr freuen Wenn ihr die Serie feiert Gibt gerne einen Daumen nach oben Dann sehe ich euer Feedback Kommt gut an Schreibt das auch gerne in die Kommentare Wenn das öfter kommen soll Und, ja Ich zeige euch auf jeden Fall Mal die Teams, Leute Ganz, ganz wichtig Zweimal starke Liga Eine etwas schwächere Liga Und, ja Drei Zwei Eins Boom Das sind unsere beiden Teams Und, ja Freunde Wer diese eine Karte sieht Der weiß, was in die Kommentare geschrieben werden muss Also, ich feiere das Team von der Balance her Auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis Und da kannst du mir echt wieder Karten discarden Die ich so nicht mehr bekommen werde Da sind drei ikonische Karten dabei Die sind zu wild Wie sieht dein Team so aus, so von der Mischung her? Ja, 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 ja Ich hätte mehr draus machen können Aber die Quals haben leider gefehlt Ich wollte noch ein paar Eine Icon einbauen, aber Ganz, ganz wichtig Jetzt wird es eben durchgemischt Weben Switch-Steal Also wir tauschen Das jetzt so durch Dass kein Spieler mehr In seiner angestandten Position war Und ein Verteidiger darf zum Beispiel Auch nicht in der Verteidigung stehen Dass er da bescheid wird Stürmer Mittelfeld Genau dasselbe Und, ja Kurze Pause Und dann schauen wir mal Wie die Teams durchgemischt wurden So, meine Freunde Ist alles Neuland für mich Aber ich habe Bock Weil das ist dieses Konzept An der Serie Finde ich mega, mega, mega geil Und wir schieben bei dir Die zwei Stürmer und den LM Hast du gesagt, ne? Genau so ist es Richtig Ich nehme deinen linken Stürmer Und schiebe den ins Tor Deine rechte Stürmer Schiebe ich in das mittlere ZM Und das linke Linke ZM, ne? Ja, ja, meine ich ja Ich denke jetzt für meine Aufstellung Ja, genau Und dein LM Schiebe ich in die RV Okay, man kann sich ja jetzt noch nicht zu sicher sein Der letzte Schiebe ist richtig Gut, dein Stürmer wechselt mit dem linken ZM Dein linker Flügel wechselt mit dem rechten Innenverteidiger Und der rechte Flügel wechselt mit dem Rechtsverteidiger Mit dem RV, ja? Genau Okay, sehr gut Alles klar So, dann machen wir bei dir ZM und LM Den linken ZM und den RM Genau So, der RM geht in Sturm Welchen Sturm? Linken Sturm Okay Und dein letzter ZM geht in die linke Innenverteidigung Linke Innenverteidigung Okay Okay Gut, bei dir ist linkes und rechtes ZM, richtig? Right Gut Dein linker ZM wechselt mit dem Torhüter Und der rechte ZM wechselt mit dem linken Innenverteidiger Mit dem linken Innenverteidiger Okay So, dann die beiden Außenverteidiger Genau So, der linke Verteidiger von dir geht in den rechten Sturm Okay Und der RV geht bei dir ins linke ZM Ins linke ZM Okay Dein rechter Verteidiger Ja Tauscht mit dem Stürmer Und der linke Verteidiger Tauscht mit dem rechten ZM Ja, rechten ZM geht nicht Da ist ja der Starspieler Kudu Hori Achso, dann mit dem mittleren ZM Mit dem mittleren, okay Okay, jetzt kommt Jetzt ist das wichtigste, ne Pato? Ja, jetzt aber beide Innenverteidigern immer Achso, nicht der Torwart Genau Okay, dann nehme ich deinen linken Innenverteidiger und schiebe den ins RM Linker Innenverteidiger ins RM Genau, und der andere Verteidiger geht mal in den Sturm In welchen? In den rechten Okay Okay Passt Dein linker Innenverteidiger Ja Wechselt mit dem rechten Flügel Ja Und der rechte Innenverteidiger wechselt mit dem linken ZM Perfekt Perfekt Wie sieht es bei dir aus momentan? Katastrophe Bei mir auch Katastrophe Bei mir auch, muss ich zugeben Okay, dann schiebe mal meinen Torhüter Dein Torwart geht ins RV Ins RV Ins RV Okay Und dein Torhüter Gehts Linker Flügel Linker Flügel Okay Wie viele Joker hast du? Muss er auf der richtigen Position sein oder auf der reicht ZM zu ZM ob ihr links oder rechts ist egal? Das reicht Das reicht Dann hab ich Eins, zwei, drei, vier, fünf, zwei Zwei Joker? Ja Du hast mir den Torwart, hast du zum Schluss, der war bei mir schon im Tor Was? Ja, der Torwart war bei mir schon im Tor und du hast ihn in der letzten Position weggeschoben, da hätte ich drei Joker Wie viele hast du? Null Du darfst jetzt entscheiden, du darfst entweder zweimal die Position ändern Ja Oder du gibst mir einen Bronze Spieler Ja Und ich darf dafür einmal die Position ändern Wie willst du es haben? Ich tausche schon nur Okay Ja, weil bei mir sieht es eigentlich sehr gut aus Ich werde nur zwei Positionen tauschen, fertig Okay Achso, und du hast die Wahl jetzt auch oder was? Nein, ich hab keinen Joker Ah, okay Okay, so ich mach einmal den Switch Den Switch Ja Ja Wie viele Chemie hast du? 49 Ich hab 34 Leute, das wird eine Ripperino-Partie werden Also die Spieler stehen so schlecht wie, keine Ahnung Also schlechter kann es gar nicht mehr gehen Ich lade dich an Ja, mach mal gern Daumen nach oben, Leute So Leute Wirklich, ich darf jetzt um alles schwitzen Epic Music Das ist mein Ratsch Das seh ich schon Das seh ich schon Yes Romano Jolli Alter El Bruderli mit der Vorlage El Bruderli Genau das sollt ihr in die Kommentare schreiben Romano Jolli El Bruderli Lurie im Tor oder was? Nein Okay, ich stehe jetzt ja auf der 5 Und Bruderli, nein Scheiß, ich hab Anweisung von gestern Oder wenn du ein Tor machst Nein Ja, wenn ich ein Tor mache Romano Jolli Doppelpark Und El Bruderli mit der Vorlage Let's go Und Leute Dieser Pischer Ey, dieser Pischer Er gibt einfach den 85er Osman rein Das ist zu wild Ja, warum Das ist zu wild Du weißt, das ist das Chunk Mit dir haben wir ja das erste Mal aufgenommen Ja, das stimmt Ära Das ist eine Scream-Karte Ära Ich musste die schon diskaden Ich weiß, ging nicht Ah, stimmt Aber wie man das sogar merkt, Alter Das ist meine Ausstellung Boah, wer ist das? Oh, das ist die Junge, stark Oh, aber Chong hat ihn gesehen Mit seiner Mehl abgedehelte Ja Ja Verteidiger mit Hedrick 42 Schuss, Alter 42 Schuss Krank Ja, gell Huch Muss ich mir anschauen Bam Geil Was ist das für ein Torwart? Ey, der hat Full Cam Alter, wenn der jetzt noch ein Wenn der noch ein viertes Tor geschossen hätte Ah, jetzt ist es geschafft Ja Victor, stark Vom letzter Angriff Schade GG Es gibt viele Positionen, die ich nehmen würde Ah, sag mal Ich würde entweder den Stürmer nehmen Den linken oder den rechten ZM Oder einen rechten Innenverteidiger Darf ich dir was sagen? Hä? Nö Mach Ich nehme den linken ZM Danke Ich wollte dir schon sagen Auf diesen ganzen Positionen, die du gesagt hast Stehen echt Bombenspieler Rechtes ZM ziehe ich Im Sturm Fj liegen SBC Und linken Innenverteidiger Sanchez Footmas Und du hast getroffen Lory So, ich gehe mal kurz in der SPC So, bist du bereit? Ich bin bereit, yes So, meine Freunde Hier seht ihr das Team Wir machen einen 83 plus Switch Lory Lory ist im Tor Wir geben den ab Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich ihn gekauft habe 30k, 40k Ja, jetzt bin ich wieder da Ja, ich mache jetzt 83 plus auf, sage ich Okay, let's go Mal gucken, ob es ein Walkout wird Oder Es wird ein Walkout Echt? Ja, aber Champions League ZO Ähm, wie ist das? Oh Gott Gomez 85 Aber ist okay Kannst nicht mit abstoßen Was? Ja, alles klar, Digga So, Jus Das war's Also Leute Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen Ich hoffe wirklich, dass ihr das Video bewertet habt Egal, daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Daumen nach unten, wenn ihr dacht, was für eine Kacke Ähm, schreibt doch rein, wie ihr die Serie findet Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das in FIFA 20 gebracht habe Und Ja Erster Link in der Videobeschreibung Da geht's zu Xenia Ripper Reno in den Chat Und Xenia hat natürlich das letzte Rat Ich wünsche euch was für ein sehr schönes Wochenende Ciao Ja, Habibi Vielen Dank für die Aufnahmen Also ihr wisst Supportet 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 Liken 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 Das war's von mir Tschüss Tschüss